El-Huta-Pot-Horekami ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt drei Kilometer nordwestlich von Českas-Kalitze und gehört dem Okres-Nachodan. Geschichte El-Huta-Pot-Horekami wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet und erstmals 1405 schriftlich erwähnt. Seit Anfang des 15. Jahrhunderts gehörte es zur Herrschaft Wiesenburg, Anfang des 16. Jahrhunderts zur Herrschaft Riesenburg. 1628 wurde El-Huta-Pot-Horekami der Herrschaft Ratiborais inkorporiert, die seit 1582 unter den Smyriki von Smyritsche Teil der Herrschaft Nachod war. Während der Herrschaft der Schaumburg-Lippe wurde 1848 die erste Schule errichtet. Nach Aufhebung der Patrimonialherrschaft wurde El-Huta-Pot-Horekami selbstständige Gemeinde. Ortsteile Die Gemeinde El-Huta-Pot-Horekami besteht aus den Ortsteilen El-Huta-Pot-Horekami, Svetla, Uyazdek, Sehenswürdigkeiten. Die Gemeinde El-Huta-Pot-Horekami, Svetla, Uyazdek, Sehenswürdigkeiten. Vielen Dank.